Hey Leute, das ist ganz Höram willkommen bei WTN Germany. Die Feuerwehr ist am Montagmittag in Köln-Neubrück im Einsatz, dort brennt es in einem Hochhaus. Im vierten Stockwerk eines achtgeschossigen Wohnhauses in Köln-Neubrück ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit mehreren Trupps zur Menschenrettung und Flammenbekämpfung vor Ort. Informationen zu Verletzten legen bislang nicht vor, so die Feuerwehr Köln via Twitter. Der Europa-Ring ist im Bereich der Hausnummer 5 bis 9 weiträumig gesperrt. Dies, bei einem Feuer in einem Hochhaus in Neubrück hat es einen verletzten Menschen gegeben. Das hat die Kölner Feuerwehr mitgeteilt. Er musste mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Das Feuer im vierten Stock sei mittlerweile gelöscht. Zwei Wohnungen sind laut der Feuer. Hey Leute, das ist Gensham. Willkommen bei WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.